Ich möchte Sie herzlich begrüßen. Ich darf mich vorstellen, mein Name ist Joachim Schwendner, unterrichte an der neuen Mittelschule Bad Hall, Informatik, Mathematik und Geografie und arbeite einen Tag in der Woche im Bildungsmedienzentrum des Landes und habe dort seit einem Jahr das Projekt Geocaching an Schulen mitentwickelt. Zum Einstieg habe ich ein paar Bilder gezeigt von einer Geocaching-Wanderung mit einer dritten Klasse Volksschule aus Kirchdorf und die Wanderung hat dann in Schlierbach stattgefunden. Wir werden nachher dann noch ein paar Fotos sehen. Geocaching oder Geocaching, das wird durch das Eindeutschen nicht ganz klar, wie man es jetzt wirklich ausspricht, ist in den letzten Wochen und Monaten immer wieder auch in den Medien präsent. Man lest fast regelmäßig in den Wochenendbeilagen über Geocaching. Es wird von Tourismusverbänden angewendet, damit die Gäste beschäftigt werden können und wir haben uns gedacht, dass es eine gute Möglichkeit wäre für Schüler erstens einmal einen Wandertag lustvoller zu gestalten, beziehungsweise den Schülern die Medienkompetenz beim Umgang mit Navigationssystemen näher zu bringen. Was ist ein Geocache eigentlich? Geocaching ist eine geheime Schnitzeljagd oder eine Schnitzeljagd, wo man geheime Verstecke sucht. Schnitzeljagd kennen Sie sicher aus der Jugend. Man sucht irgendwelche versteckten Dinge, kriegt dann vielleicht einen Hinweis zu einem nächsten Punkt, geht dann weiter, bis man irgendwann einmal zu einem Endschatz kommt, den man dann heben kann. Genauso funktioniert Geocaching oder Geocaching. Es funktioniert eben mit Navigationssystemen, mit dem GPS-System. Man braucht dazu ein Navigationsgerät, ein handelsübliches, zum Beispiel so ein Gerät der Firma Garmin, das wir bei unseren Workshops verwenden. Geht aber auch mit Handys, mit manchen neueren Handys ist es schon möglich. Wir werden später dann noch ein bisschen genauer darauf eingehen. Die geheimen Verstecke, die sogenannten Caches, werden im Internet veröffentlicht. Auf einer Internetseite, die heißt geocaching.com, es gibt noch einige andere Internetseiten, wo man die Position von Caches findet und dort ist eine Beschreibung von dem Cache dabei. Geocaching ist grundsätzlich kostenlos, das heißt man muss sich nur einmal dort anmelden, registrieren bei geocaching.com und dann kann man die Services nutzen und die Koordinaten von der Seite herunterladen. Der Cache ist eine Dose. Ich habe eine mögliche Variante hier mitgenommen. Wir werden es auch dann auf nach den Bildern sehen. So könnte eine Cache-Dose ausschauen. Die ist wasserdicht, damit also, wenn sie im Wald liegt, unter einem Baumstumpf, damit da keine Feuchtigkeit eindringen kann. Im Cache drinnen befindet sich immer ein Logbuch, manchmal ein Stift und manchmal Tauschgegenstände. Beim Tauschen ist das Prinzip, man gibt eines hinein und nimmt eins heraus. Tauschen ist gerade für Kinder und Jugendliche interessant. Wenn Kinder Cachen gehen, dann steht das Tauschen im Vordergrund. Wenn ich mit meinen Kindern, mit meinen beiden Söhnen Cachen gehe, dann muss jeder was mithaben, weil es muss jeder natürlich etwas tauschen. Es ist auch eine Erklärung drinnen, was das überhaupt soll. Wenn das jemand findet, der mit dem überhaupt nichts zu tun hat, dann kriegt er da eine Information, dass das kein Müll ist, dass man das nicht mehr wegschmeißen soll, dass das wem gehört, dass das Teil eines Spiels ist. Das ist eine Art der Caches. Es gibt viel kleinere, aber auch größere. Je kleiner die Dose ist, desto schwieriger findet man sie. Ist, glaube ich, einleuchtend. In manchen Caches sind auch sogenannte sogenannte Trackable Items drinnen. Das sind einfach Schlüsselanhänger, Figuren, die eine so eine Marke dran hängen haben. Und anhand dieser Marke, da ist eine Nummer drauf, die ist eindeutig im Internet identifizierbar. Anhand dieser Marke kann man feststellen, wo ist der schon übrig gewesen. Das ist der General Tom. Dann haben wir am Wochenende in meinem Cache, den ich versteckt habe, gefunden. Und der reist jetzt weiter. Wenn ich zum nächsten Cache marschiere und es ist eine groß genug Dose, dann werde ich ihn dort hineinlegen. Und man kann im Internet wieder weiterverfolgen, wo er hinwandert. Der hat schon 3.500 Kilometer zurückgelegt mit Hilfe der Cache. Für Jugendliche und Kinder ist es recht interessant, wenn sie selber so einen Trackable Item auf die Reise schicken, wenn sie dann mitverfolgen können, wo ist der jetzt gerade. Und man kann dem eine Botschaft mitgeben. Da bietet man eben darum, dass zum Beispiel ein Foto gemacht wird, wo er sich gerade befindet. Und bei dem steht auch noch dabei, wenn man im Internet nachschaut, drück mich. Das haben wir zuerst gar nicht gelesen. Und beim Frühstück dann hat mein kleiner Sohn zufällig draufgedrückt. Und wenn man da draufdrückt, das ist recht lustig. Der ganze Company aufsteht! Los ihr Weicheier! Kneift die Arschwack zusammen! Und ob es euch schmeckt oder nicht, jetzt werden Weihnachtsgeschenke gekauft! Wegtreten! Er kommt aus Bayern. Der General Tom. Das ist also ein offizieller Geocache. Bei meinem Cache ist dann auch noch das Logo drauf von dieser Geocaching-Bewegung von der Firma Groundspeak. Und man sieht dann sofort, das ist ein Teil eines Spiels. Und da steht auch dabei, dass man es nicht wegschmeißen soll. Es ist auch der Name des Caches drauf, dass man auch im Internet nachverfolgen kann, wie heißt der. Geocaching gibt es seit dem Jahre 2000. Damals regierte in Amerika Bill Clinton und er war der Meinung, dass eigentlich die künstliche Verschlechterung des GPS-Signals nicht mehr notwendig ist. Das GPS-Signal hat es immer schon gegeben für die Militär, für militärische Zwecke. Aber im Jahr 2000 war man der Meinung, das brauchen wir nicht mehr. Es gibt keinen potenziellen Feind mehr. Wir können das Signal ruhig freigeben. Und ab diesem Zeitpunkt haben sich Amerikaner, die haben damals schon Weblogs gehabt, vor zehn Jahre, einer davon hat sich gedacht, wenn das Signal jetzt so genau verfügbar ist, dann könnte ich eigentlich auf meinem Grundstück einen Behälter vergraben. Und in den Behälter gebe ich über Tauschgegenstände rein, ein Logbuch, einen Stift. Und dann werden wir schauen und die Koordinaten veröffentliche ich auf meinem Weblog. Und dann schauen wir mal, was passiert. Und tatsächlich, nach ein paar Tagen hat sich auf diesem Weblog einer gemeldet und hat geschrieben, er hat den gefunden und hat was hineingegeben, hat was herausgenommen. Und ab dem Zeitpunkt ist diese Geocaching-Bewegung schon langsam entstanden. Mittlerweile gibt es weltweit über 1,2 Millionen Caches und die findet man eben auf der Seite geocaching.com. In Österreich, wenn man diese Suche auf Österreich verfeinert, gibt es 18.000 und 2.000 in ganz Oberösterreich. Es gibt also eine gute Möglichkeit, wenn man Google Maps zum Beispiel aufruft, da kann man die Geocaching-Positionen anzeigen lassen. Also man glaubt gar nicht, an wie vielen Stellen man schon vorbeigegangen ist, wo überall ein Geocache liegt oder versteckt ist oder irgendwo oben wiegt. Sehr viele Caches sind eben Metalldosen, die magnetisch sind und die irgendwo an irgendwelchen Verkehrsschildern, Ampeln dergleichen befestigt sind. Das sind eben dann ganz kleine Behälter, so wie ein kleiner Finger in der Größe. Und da ist natürlich kein Tauschgegenstand mehr drinnen, sondern nur mehr ein kleiner Logbuchstreifen. Den zieht man dann raus und schreibt seinen Namen hin, das Datum und das ist der Akt des Loggings. Man hat dann praktisch den Cache gefunden, versteckt es wieder, sodass keiner mitbekommt. Das ist wichtig beim Geocaching, das ist ja etwas Geheimes. Und das versuchen wir auch den Schülern immer wieder bei den Workshops zu vermitteln. Geocaching ist etwas Geheimes, ein Abenteuer, das kann man nicht so hinausposaunen. Da muss man auch vorsichtig sein, das sollen die Leute, die da rumstehen, nicht mitbekommen. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Das GPS-Signal aus den USA wird also GPS genannt, kommt seit 1950 von den Satelliten. Es schwirren da um 20 bis 24 Satelliten, geostationäre Satelliten, also sie sind immer an derselben Position, sind am Himmel positioniert. Man kann das auf diesem Bild sehr gut erkennen, die Satelliten hier die ganze Erde, die ganze Erdoberfläche abdecken. Seit 1950 gibt es es und bis 2000 waren es eben nur für militäre Zwecke verfügbar, militärische Zwecke. Genauso gibt es ein System in Russland, logisch, der Feind hat das natürlich auch gebraucht. Das russische System ist aber nicht für die Öffentlichkeit zugänglich, noch nicht. Es wird daran gedacht, dass das auch irgendwann einmal geöffnet wird. Man kann aber mit unseren Navigationsgeräten auch in Russland das Signal empfangen. Man kann auch genauso in Russland geocachen gehen. Es wird zurzeit in der EU ein eigenes System entwickelt. Das war voriges Jahr im Herbst relativ häufig in den Medien. Galileo wird noch mehr Satelliten im All haben. Ab 2013 wird eine Testphase starten. Zurzeit gibt es einen stationären Test. Im Berchtesgaden ist auf einem Berg oben eine Sendestation und man kann also so die Funktion einmal testen. Wenn aber jetzt das in einer Testphase dann wirklich flächendeckend abläuft und wenn es dann ab 2018 wirklich in Echtbetrieb geht, dann wird wahrscheinlich auch die Wirtschaft so weit sein, dass in jedem nur erdenklichen Gerät ein GPS-Modul drinnen ist und man wird überall seine Daten praktisch hinterlassen, seine Spuren hinterlassen. Fotoapparat gibt es jetzt schon sehr viele, die das eingebaut haben. Ist natürlich praktisch, wenn ich eine Vielzahl von Fotos habe und ich weiß immer sofort, wo war das Foto? Hat ja einen Sinn. Aber die Datenschützer werden natürlich sofort wieder auf die Barrikaden steigen. In Handys werden GPS-Module immer mehr eingebaut. In Autos wahrscheinlich in Zukunft. Standardmäßig. Zurück zum Geocachen. Wenn man sich auf geocaching.com einloggt und sich einen Überblick verschafft, welche Caches verfügbar sind, dann wird man immer auf solche Symbole stoßen. Und die Symbole bezeichnen die Art des Caches. Das ist ganz wesentlich. Das kleine grüne Symbol zeigt uns, das ist ein Traditional Cache, eine sogenannte Tradi als Abkürzung. Und bei diesem Symbol wird im Internet, wenn ich angemeldet bin, sofort die Position des Caches angegeben. Also die Koordinate steht dann dabei. Ich kann also die Koordinate direkt übernehmen. Entweder ich kopiere sie mir auf mein Navigationsgerät oder ich gebe sie mir von Hand aus ein. Ich kann mit einem iPhone zum Beispiel geocachen. Da brauche ich dann nochmal draufklicken auf den Cache, den ich hier runtergeladen habe. Und die Koordinate wird sofort eingespeichert. Dann rufe ich den Kompass auf und lasse mich zum Cache navigieren. Das ist also so funktioniert der Traditional. Manchmal steht beim Traditional eine kleine Geschichte dabei, damit man sich auskennt, warum der Cacher dort gerade einen Cache versteckt hat. Geocacher machen das sehr häufig, weil sie jemanden auf einen Platz aufmerksam machen möchten. Ein Lost Place. Lost Places gibt es sehr häufig so. Städten oder Orte, die man oft gar nicht mehr so genau weiß, wo eine Geschichte dahinter steht. Die Geschichte kann man dann im Internet eben nachlesen. Und durch den Geocache wird man zu diesem Ort hingeführt. Die zweite Gruppe, die gerade für uns sehr interessant ist, für uns, die wir das Projekt gestaltet haben, das sind die Multicaches. Und zwar hat man beim Multicache den Effekt dabei, dass der Schüler etwas lernen kann, wo man sich Wissen aneignen kann. Dadurch, dass er etwas lesen muss, etwas genau recherchieren muss, etwas abzählen muss, etwas genau betrachten muss. Bei den Multicaches wird nicht die Koordinate der Dose im Internet bekannt gegeben, sondern man findet dort eine Startkoordinate und dort beginnt dann zum Beispiel eine Cashwanderung. Und man wandert, so wie bei der Schnitzeljagd, zum ersten Punkt und dann muss man eine Aufgabe lösen. Die Aufgaben sind verschiedenster Art. Es kann also sein von irgendwelchen Zählaufgaben überlesen und etwas herausfinden, etwas umrechnen. Wenn ich dann eine Aufgabe erfüllt habe, dann geht es zum nächsten Punkt weiter. Und zum Schluss kriege ich eine Summe oder eine Liste von Zahlen, die in Variablen versteckt sind. Und diese Zahlen setze ich dann in eine Rechnung ein und nach dieser Berechnung erhalte ich eine Koordinate. Das heißt, ich darf keinen Fehler machen beim Beantworten der Fragen. Ich darf dann keinen Fehler machen beim Berechnen. Und dann kommt die dritte Sache dazu, ich muss den Schatz auch finden. Wenn ich dann die Koordinate habe, muss ich den Schatz auch finden. Es ist relativ spannend und macht den Schülern unheimlich viel Spaß. Allein das Fragen lösen, aber nicht nur den Schülern. Ich habe mit Lehrern schon einige Seminare gemacht und denen hat es auch total gut gefallen. Das Lösen von diesen Fragen, dann kriegt man die Koordinate heraus und dann schaut man, wo ist der Cache. War sehr lustbetont. Gerade für einen Wandertag ist es eine ideale Ergänzung. Das Wandern steht im Vordergrund. Nicht das Cachen. Aber es ist eine Ergänzung. Der weitere Typ ist der Mystery Cache oder Frage Cache. Bei diesem Cache löst man im Vorfeld ein Rätsel zu Hause. Man braucht da nicht draußen zum Rätsellösen beginnen, sondern das macht man bereits am Computer. Recherchiert im Internet, löst das Rätsel, kriegt dann eine Koordinate, wenn man es gelöst hat. Meistens kann man auch die Lösung vorher schon überprüfen, ob man richtig liegt. Und wenn man die Koordinate dann hat, dann kann man losmarschieren und den Schatz suchen. Der vierte Punkt wären sogenannte Event Caches, wenn sich Geocacher treffen. Geocaching ist sehr häufig eine Angelegenheit, die man nicht alleine macht, sondern in einer Gruppe, in kleineren Gruppen. Wenn sich die Treffen zu Gedanken austauschen, dann werden diese Treffpunkte auch als Cache gelistet. Und das sind die sogenannten Event Caches. Und bei größeren Zusammenkünften, es gibt also jährlich in Österreich so ein Mega-Event, da treffen sich bis zu 1000 oder sogar über 1000 Geocacher. In Salzburg findet das meistens statt. Das ist dann eben das Mega-Event. Sonst ist es nur ein kleines Event. Im Mai feierte man ja 10 Jahre Geocaching. Mai 2010. Und da gab es auch in Oberösterreich ein großes Cache-Treffen am Attersee. Zwei Gruppen gibt es noch. Das ist der Earth Cache und Where I Go. Der Earth Cache ist gerade für Geografen und Geologen und Biologen interessant. Da geht es nämlich um geografische oder geologisch interessante Stellen in unserem Bundesland. Natürlich Earth Cache auf der ganzen Welt. Bei einem Earth Cache findet man keine Dose. Da braucht man nichts tauschen, sich nirgends eintragen. Sondern beim Earth Cache, den besucht man, informiert man sich. Für Schüler kann ich das vorher schon vorbereiten. Und beim Earth Cache schicke ich ein Foto dem Eigentümer des Caches. Und ich muss meistens auch noch ein paar Fragen beantworten, die der Eigentümer in seinem Listing gestellt hat. Die kann ich oft nur beantworten, wenn ich wirklich dort war. Wenn ich die Fragen beantwortet habe und dann das Foto abgeschickt habe, dann kriege ich einen Logbuch-Eintrag. Und Where I Go Cache, das ist eine Art Adventure-Spiel. Sie kennen sicher die Adventure-Games, die früher in der Jugend von Ihnen gespielt wurden. Man ist ein elektronisches Männchen und marschiert von Raum zu Raum. Tippt dann irgendein Buch an oder eine Tür, ein Fenster. Kriegt einen Hinweis, was da drinnen ist, was man da lesen kann, wo die Tür hinführt. Und genauso funktioniert dieses Where I Go Cache. Nur ist es nicht virtuell, sondern in Wirklichkeit. Das heißt, ich kriege auf meinem Display vom Navigationsgerät die Information, wo ich mich hinbegebe. Dann, wenn ich dort ankomme, kriege ich die einzelnen Aufgaben, die werden mir gestellt. Und je nachdem, wie ich mich entscheide, ob ich in die Richtung gehe, in die Richtung, in die Richtung, komme ich zu einem richtigen Punkt oder zu einem falschen. Das ist dann mit Aufgaben verbunden. Der Nachteil bei den Where I Go Caches, sie funktionieren nur mit geeigneten Geräten. Das Garmin-Oregon wäre so ein Gerät. PDAs, diese kleinen Taschencomputer, die es früher gegeben hat, die abgelöst wurden von den Smartphones. Palm, die PDAs, bei denen gibt es auch eine Software. Where I Go sind nicht so stark verbreitet, weil man eben eine speziellere Hardware braucht. Mit einem einfachen Navigationsgerät kann man das nicht machen. Ich lade mir das vorher drauf und das ist quasi der, nur wenn ich bei der Konate bin. Richtig, genau. Das ist quasi dann aus dem Internet die Hinweisung, den nächsten Hinweis. Nein, nein, nein. Also das kann das Gerät quasi. Ja, genau, das ist alles dann da drauf. Das File ist natürlich wesentlich größer als ein normales GPX-File. Das lade ich da drauf und dann marschiere ich mit den Informationen, die ich am Display habe. Da können sogar Bilder, Töne drauf sein. Also, aber wie gesagt, es gibt auch nicht sehr viele Where I Go Caches in Oberösterreich. In Gmunden gibt es sogar einen Lehrer, der einen gemacht hat. Ist für uns jetzt interessant, wenn wir in der späteren Folge das einmal für einen Cache anbieten. Aber das ist ein unvergleichlich höherer Organisationsaufwand im Vorfeld. Ja, einen Where I Go Cache zu machen ist wesentlich schwieriger als einen normalen Cache. Ja, wir sind schon bei der Hardware, bei den Geräten. Voraussetzung für das Geocachen ist ein Navigationsgerät. Das muss nicht ein so tolles sein wie das Garmin Oregon 450, das ich da habe. Das kann auch ein wesentlich einfacheres Gerät sein. Ich habe zu Beginn des Projektes geträumt, dass man dieses Paperless Caching durchführt. Das heißt Cachen ohne ein Blatt Papier. Alles auf dem Display. Ich bin aber relativ rasch draufgekommen, dass das gar nicht so angenehm ist. Also, ich selber habe es, und ich bin ein starker Verfechter von elektronischen Geräten gewesen, ich selber habe das einmal probiert und sofort weggelegt. Weil ich beim Cachen auch mir Notizen machen muss. Weil ich da immer wieder nachschauen muss. Und wenn ich bei dem Gerät immer wieder zurückblättere. Und das ist eher kompliziert gewesen. Dann war die erste Testversion, die wir von diesem Garmin Oregon hatten, eine Vorgängerversion. Das Display war ein bisschen schwergängig. Das heißt, es hat nicht so gut angesprochen. Es war unheimlich mühsam. Ich habe es dann relativ rasch weggelegt. Und wir sind dazu übergegangen, alles nur mit Papier zu machen. Dieses Gerät hat unheimlich viele Funktionen für Outdoor-Aktivitäten. Man kann damit Rad fahren, die Touren herunterladen aus dem Internet und nach dieser Tour nachgehen oder nachfahren. Wir brauchen, wenn wir mit Schülern und mit Lehrern das Gerät verwenden und Cachen gehen, zum Geocaching nur die zwei Funktionen Koordinateneingabe und anschließend den Kompass. Es funktioniert eben, wie gesagt, auch mit Telefonen. Eines der ersten Telefone war das iPhone, das ein GPS-Modul eingebaut hat. Ich habe es mit dem iPhone schon probiert, war eher enttäuscht. Ich habe im Internet eine große Anzahl von Videos auch gesehen, wo Geocacher mit dem iPhone Cachen gehen. Und das hat recht gut ausgeschaut. Ich habe es selber probiert und es war nicht optimal. Und ich habe auch dann gelesen, dass das GPS-Modul im iPhone nicht so optimal sein soll. Mittlerweile gibt es schon mehrere Telefonarten und Smartphones. Das HTC zum Beispiel, das ist wesentlich billiger als das iPhone, hat ein sehr gutes GPS-Modul. Mit dem habe ich schon wesentlich bessere Erfahrungen gemacht. Zwei von meinen Schülern habe ich so begeistert. Die gehen jetzt privat Cache, die haben sich angemeldet und denen gefällt das so. Die machen das mit einem Nokia-Telefon. Da haben sich die Software heruntergeladen. Da brauche ich eine Software fürs Cachen. Die kann man aus dem Internet herunterladen. Die kostet manchmal gar nichts. Für das HTC zum Beispiel ist die kostenlos. Für das iPhone kostet sie 7,99 Euro. Aber ich brauche irgendeine Software dazu, damit ich die Koordinaten eingeben kann. In der Schule, die Einsatzmöglichkeiten haben wir schon kurz angedacht, also am Wandertag. Der Wandertag erfährt durch das Gehen mit einem Navigationsgerät ganz eine andere Dimension. Das Wandern wird einfach lustvoller erlebt. Ich habe das mit Schülern probiert. Die schauen immer wieder aufs Display. Wie weit habe ich noch? Und sie sehen, es wird immer weniger. Es ist wirklich lustig gewesen. Während einer Projektwoche. Eine Kollegin aus Everding hat eine Projektwoche durchgeführt und hat sich den ganzen Koffer ausgeliehen mit den 5 Navigationsgeräten. Und die haben auf der Projektwoche Orientierungslauf mit den Schülern gemacht. Und dazu die Navigationsgeräte verwendet. Ich kann aber gleichzeitig auf einer Projektwoche eine Cache-Wanderung durchführen. Es gibt unheimlich viele Geocaches in ganz Oberösterreich. Auch in Gegenden, wo wir unsere Projektwochen durchführen. Und gerade in einer Projektwoche gibt es eine gute Möglichkeit, auch selber mit den Schülern gemeinsam einen Cache zu verstecken. Dass man überhaupt einmal in die andere Rolle schlüpft, selber. Ich verstecke selber einen Cache, überlege mir, wie kann ich die Koordinaten veröffentlichen. Vielleicht sogar einen Cache mit mehreren Stationen. Sodass die andere Gruppe, eine Gruppe versteckt den Cache, die andere sucht ihn. Das kann man dann in Form von zwei Gruppen durchführen. Wäre eine gute Möglichkeit, auf einer Projektwoche durchzuführen. Wir bieten vom BIMETZ Workshops an. So wie Podcasting oder Trickbox. Das heißt, da kommt ein Betreuer an die Schule, ein Mitarbeiter von BIMETZ. Der erklärt den Schülern zuerst einmal, wie das Navigationsgerät funktioniert. Dann zeigt er einen, wie man sich im Internet Koordinaten eingibt. Wie man sich die Koordinaten aus dem Internet ansehen kann. Wie das in Google Maps funktioniert. Nach dieser Einschulung, die im Computerraum stattfindet, marschiert er mit den Schülern dann zu einem ausgewählten Cache. Die Caches wurden ausgewählt. Nach Gesichtspunkten kann ich die im Unterricht verwenden. Das heißt, es werden Themen verwendet. Heimatkunde, Brauchtum, religiöse Themen, wenn ich einen Cache suche bei einer Kirche. Sehr viele geografische Themen sind dabei. Wenn diese Wanderung dann durchgeführt wird. Die Wanderung findet nicht am Schulort statt. Das muss ich auch noch vorausschicken. Geocaching mit Schülern ist immer mindestens 20 Kilometer vom Schulort entfernt. Wir wollen also verhindern, dass Schüler dann, die das nicht so toll finden oder die sich dann auch Gaudi daraus machen, nachher den Cache mit Freunden aufsuchen, ihn entwenden oder vielleicht die Position anderen Menschen mitteilen. Die anderen Menschen, die vom Geocaching nichts wissen, die haben ja eine besondere Bezeichnung. Die heißen wie beim Harry Potter die Muggels. Also man soll ja immer darauf achten, dass man beim Geocaching das so geheim macht, dass die, die nichts davon wissen und keine Ahnung haben, nicht irgendwie misstrauisch werden oder was dann die da. Also das Geheimnisvolle steht da ein bisschen im Vordergrund. Und das funktioniert auch mit den Schülergruppen sehr gut. Ich habe eine Art Google Maps Relle zusammengestellt. Die kann man sich auf unserer Webseite herunterladen. Das ist ein Arbeitsblatt. Das kann der Lehrer im Vorfeld bereits mit den Schülern durchmachen. Er kann dadurch die Arbeit mit Koordinaten, das Umgehen mit Karten im Internet etwas schulen. Und bereits im Vorfeld die Schüler auf das Thema einspielen. Das wären meine Ausführungen zu diesem Thema. Wir sind in Rohrbach cachen gegangen mit einer Schulgruppe. Ich war mit einer Schulgruppe bereits in Linz cachen. Da haben wir so wirklich ausgewählte Caches verwendet. Der eine heißt, ich stehe auf Linz. Das ist im Linzer Rathaus, im alten Rathaus. Eine riesengroße Satellitenaufnahme von Linz. Da kann man wirklich auf Linz draufstehen. Man lernt dadurch Linz ein bisschen besser kennen. Man lernt die Entfernungen abzuschätzen. Man lernt sich ein bisschen zu orientieren. Und die Fragen zielen auf genau das aus. Wenn man die Fragen dann richtig beantwortet hat, dann gibt man die Koordinate ins Navigationsgerät ein. und die Schüler sind dann in kleinen Gruppen zu fünft losgegangen und haben geschaut, wo befindet sich der Cache. Also eine geführte Cache-Wanderung findet an ausgewählten Plätzen, an ausgewählten Orten statt. In Rohrbach haben wir das auch gemacht. Der Film, den Sie vielleicht schon oben gesehen haben beim BIMET-Stand, der auf unserer Homepage auch sich befindet, dieser Film wurde in Rohrbach erstellt. Da haben wir drei Caches eigentlich gesucht. Kennen Sie die Projektseite heimatschatz.at oder heimatschatz? Dann stelle ich die noch kurz vor. Da habe ich eine Frage gestellt. Wie gehen Sie mit dem möglichen Frustrationspotenzial, einen Cache nicht zu finden? Oder gehen Sie nur zu Caches, die Sie vorher schon wissen? Genau. Wir besuchen Caches, die wir vorher zuerst einmal getestet haben. Und der Mitarbeiter hat erstens einmal alle Fragen, alle Antworten parat, damit es nicht passieren kann, dass der Cache nicht gefunden wird. Trotzdem kann ich es nicht garantieren, als Lehrer, Mitarbeiter, Trainer, dass der Cache wirklich vorhanden ist. Warum kann ich es nicht garantieren? Er kann vorher entwendet worden sein. Wir prüfen, wenn wir eine Cache-Wanderung durchführen, vorher natürlich immer, ob der Cache auch wirklich vorhanden ist. Das kann man im Internet anhand der Einträge im Logbuch, ist es ersichtlich, ob der Cache noch da ist. Und anhand dieser Logbuch-Einträge sehe ich auch, wann ist er zuletzt gefunden worden. Wenn das jetzt fünf Monate her ist, kann es sein, dass er mittlerweile nicht mehr da ist. Wenn der vor drei Tagen gerade gefunden wurde, ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass er da ist. Wie gesagt, der Mitarbeiter hat die Fragen alle, die Antworten. Und wenn er dann trotzdem nicht dort ist, es ist in dem Fall so wie bei einer Werbung, der Weg ist das Ziel. Also das Geocaching ist nicht unbedingt nur der Akt des Findens, sondern die Beschäftigung, die Bewegung in der freien Natur, die Lust am Rätsel lösen. Wenn man die Dose dann auch noch findet, dann ist das die Krönung. Es gibt auch Caches, die sind vom Gelände her besonders schwierig, weil die Dose zum Beispiel mehrere Meter auf einem Baum oben hängt. Andererseits sind die Fragen sehr gut geeignet. Ich habe also damit kein Problem, dass ich mit den Schülern in Deutschland sage, da oben hängt er. Aber da kommen wir jetzt nicht drauf, weil wir sind nicht so geübt im Klettern und es wäre viel zu gefährlich, aber wir haben den Cache gefunden. Ich habe mir den runter geholt und habe ihn aufgemacht. Ich habe ihn auch gefunden, auch wenn ich ihn von unten sehe. Wir werden keine Schüler in irgendwelche Gefahren bringen beim Geocachen. Wir machen mit ihnen Wanderungen, geführte Wanderungen und erklären ihnen, wie das funktioniert unter Anleitung. Und unter Anleitung bedeutet auch, dass wir beim Geocachen bei diesen Trainings auf die Gefahren auch hinweisen können und hinweisen können, dass das etwas Abenteuerliches ist, dass man da nicht jeden Cache einfach dann wegnehmen darf. Der Cache gehört ja jemandem. Das ist ja ein Eigentum, dass wir auf den Wald achten müssen, wenn wir cachen gehen. Es gibt beim Geocaching auch ein Projekt, das heißt Cash in, Trash out. Das heißt, nimm beim Geocachen ein Stück Müll aus dem Wald mit. Das sind lauter Dinge, die wesentliche Eckpfeiler des Geocachers sind. Die kann ich den Schülern da mitgeben. Ja, es schaut also, die Seite schaut so aus. Zu Beginn einige Schülermeinungen von meiner Klasse, die das in den letzten zwei Jahren erlernt und durchgeführt hat. Dann einige Informationen, was Geocaching für Schüler bedeuten kann. Eine Auflistung von Fachbegriffe und Abkürzungen. Hier kann man Arbeitsblatt und Informationsblätter downloaden. Da werden die Seminare angegeben, die immer wieder stattfinden. Es werden auch in den Bezirken heuer bezirksintern Fortbildungen stattfinden. Ich werde in Gmunden, glaube ich, und in Ried in den Rahmen der Geografie Fortbildungen Geocache Seminare durchführen. Es gibt ein Diskussionsforum, eine Galerie und da unten kann man einen Workshop buchen. Wir haben zurzeit in fast ganz Oberösterreich in den Bezirken geführte Cashwanderungen. Also Ansfelden, Bad Hall, Bad Leonfelden bis Zwettl an der Rodl. Da gibt es einen ganz netten Cashwanderweg, den Sumsi-Wanderweg. Der ist ideal, gerade im Biologieunterricht zu gebrauchen. Da geht es um die Bienen und um die Fauna dort. Also eine ganz nette Wanderung. Da geht man ungefähr eine Dreiviertelstunde und zum Schluss bei dieser Wanderung hat man dann die Endkoordinate und kann diese Dose dann suchen. Da findet man auch das Video, das jetzt produziert wurde, den Filmclip. Ja, auf dieser Seite ist alles, was Sie brauchen, um mit uns einen Cashworkshop durchzuführen. Haben Sie jetzt eine Frage? Die Kosten um die 350 Euro ist in der Anschaffung relativ hoch. Ich habe die Erfahrung gemacht, es geht auch wesentlich günstiger. Aber für Schüler und wenn wir es immer wieder verleiten, war natürlich wichtig, dass sie auch robust sind. Und die sind sehr robust. Also das kann auch einmal runterfallen, das ist so eine gummierte Oberfläche. Es kann auch feucht werden. Und das ist gerade wichtig beim Cashen, wenn es ein bisschen regnet. Beim Cashen entsteht nämlich ein seltsames Detail am Rande. Schüler wollen dann auch hinausgehen oder Kinder oder Jugendliche, wenn das Wetter schier ist. Da ist es dann gar nicht mehr so wichtig, dass es regnet. Da brauchen Sie nur eine gescheite Bekleidung, ordentliche Schuhe. Weil Geocachen kann man aber auch, wenn es regnet. Und da muss das Cashgerät natürlich auch, das GPS-Gerät. Sie bieten das für Oberösterreich an oder dann in ganz Österreich? Nein, Oberösterreich. Das ist ein Projekt, das wir in Oberösterreich jetzt entwickelt haben. Wenn sich andere Bundesländer dafür interessieren, dann müssen sie selber aktiv werden und das auch entwickeln. Wir haben auch vor, eigene Caches für unsere Schüler, themenbezogene Caches zu erstellen. In der ersten Phase haben wir aber gesehen, es gibt so viele ungeheure gute Caches, die gerade für Schüler ideal sind. Ich denke jetzt an den Anton Bruckner-Sinfonie-Wanderweg in Ansfelden. Ich kann Musik fächerübergreifend ideal kombinieren. Musik, Wanderweg, neue Medien, neue Techniken. Warum sollte ich diesen Wanderweg mit einem eigenen Cache noch einmal machen, wenn es ihn schon gibt? Und so gibt es eine Vielzahl von Caches. Die haben wir also herausgesucht und diese Auflistung sehen Sie hier. Da gibt es also gute Caches, die für unsere Schüler geeignet sind. Aber wir möchten eigene Caches selber produzieren. Zu bestimmten Themen. Bitte? Bimax wahrscheinlich. Weil das Männchen von Bimax heißt Bimax. Weiß ich noch nicht. Aber es wird sicher irgendein Name sein, wo eindeutig ist, dass das unsere Caches sind. Sie werden auch den Namen, im Cache-Namen wird das schon drinnen stehen. Das ist ganz klar. Wir haben am Anfang daran gedacht, dass wir die Caches nur auf unserer Seite, nur für uns, anbieten. Wenn es aber gut gemachte Caches sind, sehe ich überhaupt keinen Grund, warum wir das der Öffentlichkeit den Geocacher nicht auch anbieten sollen. Warum sollen nicht auch andere Jugendliche, die vielleicht mit dem Projekt nichts zu tun haben, diesen Cache suchen können? Wenn er gut wird, dann müssen die Tests durchgeführt werden und die anderen Geocacher sollen sich den anschauen. Und wenn das passt, dann wollen wir ihn auch veröffentlichen. Sie haben vorher ganz im Anfang gesagt, dass man die Caches in Google Maps findet. Aber nicht direkt natives Google Maps, sondern nur wenn ich über geocaching.com hineingehe. Genau. Das geht mir schon lange ab, ich kann nicht in Google Maps direkt einen Layer Caches einblicken. Nein, den kann ich in Google Earth. Da gibt es einen Layer. Für Google Earth gibt es das. Das kann man sich runterladen und wenn ich dann draufklicke, also wenn ich dieses Symbol anklicke, dann werden plötzlich alle Caches angezeigt. Ich kann es dann nachher zeigen, am Rechner. Diese Wandelmarken, die ihr generell habt, wie startet denn das? Wo kriegt man dann solche Marken? Geocaching.com geht ja von amerikanischen Studenten aus, die dann diese Firma gegründet haben, also von Geocachern. Die Firma heißt Groundspeak und die betreibt die Webseite und sie vertreibt Produkte dazu. Das heißt, wenn man so ein Trackable Item möchte, muss man sich das dort kaufen. Dort ist eben die Nummer eingraviert, die ist eindeutig identifizierbar. Und wenn ich mir einen Gegenstand jetzt herrichte und den Trackable Item draufhänge, dann trage ich seine Nummer im Internet ein und somit ist er verfügbar im Netz. Und dann kann man herausfinden, wo befindet er sich gerade. Und da gibt es also Trackable Items, die sind schon mehrere hunderttausend Kilometer durch die Welt gereist. Und das Schöne ist, ich kann eben dazu schreiben, mach überall dort, wo du bist, lass dich fotografieren. Und für den Jugendlichen oder für den Schüler wird dann das viel erlebbarer. Wo befindet er sich gerade? Ich schau jetzt, wo ist er gerade? Und dann ist wieder ein Foto dabei. Wie schaut es dort aus? Also es wird greifbarer. Ja? Bitte. Was sollte das ideal für Kinder, die Kinder, die Kinder, die Kinder, die Kinder, die Kinder, bzw. was ist die Erfahrung? Wir haben die Erfahrung gemacht, dass es ab der dritten Klasse Volksschule bis zur dritten, vierten Klasse Hauptschule, wobei in der vierten Klasse ist schon ein bisschen grenzwertig, wenn sie es gewöhnt sind vielleicht von Vorklassen, dann möchten sie auch in der vierten Klasse, aber sonst in der vierten Klasse ist das nicht so cool. Da habe ich eher die Erfahrung gemacht, muss nicht sein. Vielleicht ist es von Klasse zu Klasse verschieden. Wenn der Lehrer das so transportiert, weil das sein Hobby ist und weil er da selber schon gute Erfahrungen gemacht hat, möglicherweise geht es dann genauso gut. Aber ich habe die besten Erfahrungen gemacht und in der dritten, der zweite, dritte waren alle begeistert. Durch die Bank. Das hat einem alle getaugt. Auch die, die normal mit dem nichts zu tun haben. Ein Jahr später war nur mehr ein Teil der Schüler wirklich hochinteressiert. Die anderen sind nicht mitgegangen. Ist auch kein Problem. Ein Wandertag, da steht das Wandern im Vordergrund. Und eine Gruppe, wir haben sowieso nur fünf Geräte mit. Eine Gruppe nimmt halt diese Geräte und bei denen steht der Umgang mit dem Gerät im Vordergrund. Die Klasse geht als ganze Klasse. Die Klasse geht als ganze Klasse. Ist natürlich von der Aufsichtspflicht ein wesentlicher Punkt. Wir haben uns am Anfang überlegt, wie können wir das lösen. Und ich bin aber sehr rasch drauf gekommen, dass es überhaupt kein Problem und kein Thema ist, wenn da fünf gemeinsam arbeiten und sich gemeinsam dieses Navigationsgerät teilen und sozusagen jetzt gemeinsam suchen. Es entstehen so kleine Grüppchen. Einer ist der, der es immer halten darf. Das wird dann einmal weitergegeben. Zwei andere, die wollen das gar nicht. Die wollen eh nicht hineintippen. Aber denen taugt es einfach, dass sie dabei sind, dass sie mitgehen. Und beim Suchen sind die dann dafür besonders stark. Also ich habe mir da zuerst eher gedacht, das wird ein Gerangel werden, wenn nur fünf Geräte da sind. War überhaupt nicht der Fall. Weder bei den ganz Kleinen in der dritten Klasse, nur bei den Hauptschülern. In der dritten Klasse, da habe ich keine ausführliche Anleitung gemacht im Computerraum. Da sind wir, die Fotos vom Anfang, da sind wir beim Parkplatz gestanden, beim Spätz in Schlierbach. Und ich habe die Geräte erklärt und das war die ganze Einführung. Die haben natürlich noch einen eingeschränkten Zahlenraum. Das habe ich nicht so bedacht. Ich habe ihnen erklärt, ihr müsst da 378 eingeben. Die Lehrerin habe mir dann nachher gesagt, sie sind erst bei 100. Nachher habe ich dann gesagt, gib ein, drei, vier, sieben, dann war alles klar. Aber auch diese Kinder haben das sofort begriffen und haben sofort damit umgehen können. Und es war auch lustig. Es hat fünf gegeben, die waren begeistert. Die sind dann vorne gewesen, weil sie haben das Gerät gehabt. Die anderen sind ganz normal wandern gegangen. Es war kein, wie man sich das so vorstellt, ein Massenauflauf, wo dann zig Schüler dahin stürmen und etwas suchen. Das ist ganz ruhig abgegangen. Der Erste, der dort war, hat es dann gefunden. Gleich habe ich gesagt, was, was, warte noch. Die anderen möchten auch dann suchen, wenn sie daherkommen, weil die kommen nicht alle auf einmal, kommen nach der Reihe. War wunderbar. Und so ist eigentlich bei allen Wanderungen bis jetzt die Erfahrung gewesen, dass das sehr angenehm abgelaufen ist. Noch eine Frage zur Software. Wie stabil ist da die Software? Ich habe nämlich das Oregon 20 und da gibt es diverse Probleme. Gibt es da keine bei Updates und so weiter? Es hat bei dem letzten Update ein Problem gegeben. Ich habe das Update gemacht. Wir haben zehn Geräte. Acht sind wunderbar gegangen. Bei zwei ist das Gerät dann nicht mehr gegangen. Dann habe ich nachgelesen. Nachher. War blöd von mir. Habe nachgelesen. Da ist ein Training gestanden. Das Update ist sehr schlecht und man sollte warten auf das nächste. Ich habe dann die Geräte eingeschickt. Habe ein neues Gerät bekommen. Mittlerweile habe ich gelesen, gibt es wieder ein neues Update, das die letzten Probleme beseitigt. Ich denke mir, wir verwenden ja nur Kompass und Position. Eigentlich brauchen wir es gar nicht updaten, weil für das ist das Gerät optimal. Ich habe keine Ahnung, wie andere Geräte. Ich habe mit anderen Geräten auch nicht gecached. Ich habe nur von anderen Kollegen, von Lehrern, die einfach selber Navigationsgeräte haben, schon länger und wesentlich ältere Geräte sind, die das genauso verwendet haben. Und das hat auch funktioniert. Also einfachere, billigere Geräte. Aber wie gesagt, ich kann das nicht beantworten, weil ich es nicht weiß. Das Witzige bei Garmin ist, ich habe zwei Bauart gleiche Geräte. Das eine funktioniert, da los ist ein Update und das andere überhaupt. Das bringt sich kündig auf. Und da ist es dann relativ kompliziert, den Stand zu setzen. Es ist ja klar, aber Garmin ist einfach ein Weltmarktführer. Die beherrschen ja diesen Markt. Aber wie gesagt, probieren Sie, wenn Sie wirklich vorhaben, das einmal zu machen, leihen Sie sich ein Gerät aus, nehmen Sie Kontakt mit einer auf der Scharot, gehen Sie nicht alleine cachen. Wenn Sie es alleine einmal machen wollen, machen Sie es nicht alleine. Es ist die Frustration zu groß, wenn man es nicht findet. Ich war von September bis Jänner frustriert. Ich habe nichts gefunden. Und ich habe mich mit die Kassel nicht ausgekennen. Das war furchtbar. Und dann bin ich mit einem Kollegen gegangen und plötzlich ist das in Schwung gekommen. Also das hat wirklich einen anderen gebraucht, der mir das gezeigt hat. Das alleine zu machen ist nicht optimal, würde ich sagen. gerade für den Beginn. Und man kriegt dann auch Tipps von einem Cacher, der das schon gemacht hat. Das ist auch ganz wesentlich. Und probieren Sie es mit einem Handy. Wenn Sie ein neueres Handy haben, die Software ist ja kostenlos zum Teil. Bei Android zum Beispiel gibt es da lauter Software, die man sich gratis runterladen kann. Und das ist bis auf drei, vier Meter genau. Also die Genauigkeit ist ausgezeichnet. Sie können gerne die Geräte testen da vorne. Wir haben darin keinen Satellitenempfang, das ist eh klar. Aber was alles drauf ist, gerne. Darum habe ich die fünf hergelegt. Und wenn Sie noch Fragen haben, ich bin nur ein Zeitl da. Dankeschön.